Wohin geht die Seele eines Christen, wenn er stirbt? Einige religiöse Gruppen behaupten, dass die Seele nach dem Tod in einen Schlaf verfällt und bis zum Tag der Auferstehung bewusstlos bleibt. Sie stützen sich auf Prediger, Kapitel 9, Vers 5, wo geschrieben steht, die Toten wissen nichts. Allerdings, wenn der Schriftsteller sagt, dass die Toten nichts wissen, spricht er eindeutig vom toten Körper und nicht von der Seele, denn er betont, dass er sich auf die Dinge unter der Sonne bezieht. Das heißt, er spricht von dem, was physisch und materiell ist. Also, wohin geht die Seele eines Christen? Jesus selbst beantwortete diese Frage, als er zum Dieb am Kreuz sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus stellt klar, dass die Seele dieses neu bekehrten Mannes noch am selben Tag mit ihm im Paradies sein würde. Und wo ist das Paradies? Das Paradies befindet sich im dritten Himmel, wie in 2. Korinther, Kapitel 12, geschrieben steht. Aber wenn Jesus an jenem Tag ins Paradies ging, warum sagte er nach seiner Auferstehung, dass er noch nicht zum Vater hinaufgefahren sei, weil das Paradies nicht auf der gleichen Ebene wie der Thron des Vaters liegt? Offenbarung, Kapitel 6, Vers 9, enthüllt, dass die Seelen der Christen unter dem Altar Gottes sind. Das heißt, das Paradies befindet sich auf einer Ebene unter dem Thron des Vaters, wie in Epheser 4, 10 beschrieben. Also in seinem Tod ging Jesus ins Paradies, aber er ging erst nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt zum Vater auf seinen Thron. So wird die Seele eines Christen, wenn er stirbt, sofort ins Paradies gebracht.